Hallo und willkommen bei unserer Mixer Challenge. Wieder mit Sina. Hallo. Und heute machen wir eine Mixer Challenge. Das wird bestimmt ekelhaft schmecken. Ja, und hier haben wir ein paar Zessel. Und hier sind ein paar Zessel. Und ja, da müssen wir hier was rausnehmen. Und dann steht da, was wir da nehmen müssen. Ja. Hier haben wir Milch und das machen wir dann in den Mixer rein. So. Und dann machen wir das, was wir da ziehen. Auch da rein. Mixen das. Und tun es da rein als Tränkchen. Ja. Darf ich anfangen? Ja, du. Ist das du? Ja, Kakao. Okay. So, Milch. Ich hab alles, oder? So, jetzt machst du ein bisschen. Oh, das ist zu lecker aus. Machst du einfach nur ganz lecker Kakao. Ich mach nur ganz lecker Kakao. Ich mach nur ganz lecker Kakao. Jetzt zieh ich eins raus. Nicht, es ist zu ecklig. Hoffentlich ist es zu ecklig. Nicht ecklig. Es ist... Was? Nein! Wurst! Nein! Nein, das ist ecklig. Okay. Ähm. Nein. Wie viel? Das ganze Jahr. Oh, wie so aussieht. Okay. Das ist was du hast gezogen. Ich kann nicht dafür. Jetzt mach du was. Hä? Erbsen. Ich hab Erbsen. Ja. Soll ich es rein machen? Erbsen. Soll ich es rein machen? Ja. Okay. Dann schütte ich einfach die Hälfte rein. Oh, das reicht. So. Das reicht. Die Erbsen schwimmen da einfach in der Pamse. Entschuldige Dank. Jetzt du. Ich will sowas ekliges haben. Es ist... Erbsen. Was? Was? Nein! Wurst. Öl. Erbsen. Kakao. Was? Was? Kakao. Jetzt müssen wir es mixen, oder? Nein, nur nicht. Wie viele haben wir jetzt besetzt? Kakao. Wurst. Erbsen. Öl. Eine fehlt noch. Ja, ich darf. Das ist ein normales Essen. Sehr zu viel. Nur E-Kicker. Okay. Nach drauf? Nein, schön. Blöde aufhören. Du kannst doch gar nicht drauf. Du kannst doch gar nicht drauf. Nein, wir quillen müssen ab. Okay, da noch. Okay, das reicht, das reicht, das reicht. Das ist zu viel. Das sieht so ekelhaft aus. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie die Soße da hoch schwimmt. Ja. Oh, da ist ja ein bisschen glattes Öl. Das kann man schon mal wegmachen. Das auch. So. Diese Challenge. Ich weiß nicht. Versuch zu kotzen. Was ist das? Oh, das geht richtig, oder? Oh, das geht richtig, oder? das glas Was ist das alles entgegeben? Das riecht wie Gulasch, das riecht wie abgelaffenes Gulasch, das riecht wie kaputt Das riecht wie Gulaschkakao Ich brauche noch ein kleines Gulasch Ich sage nur eins, das ekligste Wort der Welt Das ekligste Der ekligste Kind sieht schon so ekelhaft aus Darf ich das auch kriegen? Ich glaube das reicht für dich Ja für dich Nein Das ist aber für dich, du kurz mehr Nein Ich soll gleich viel kriegen Stopp Stopp Es ist aber gleich viel Es ist gleich viel Nein Was ist das? Hör ich mir So Jetzt ist Kaffee Trost Ich mag es ja trinken Ich auch nicht Ich muss jetzt noch 10 Minuten das kotzen Du bist echt kotzen das ist so ekelhaft warum kann man sowas trinken okay ich habe mal einen flug getrunken wir wollten euch noch sagen was wir versuchen jeden tag ein video zu machen für euch ja